8. Dezember, Maria Empfängnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Maria durch ein Dornwald ging. Altes Wallfahrerlied. Maria durch ein Dornwald ging. Für die Welt sahen. Maria durch ein Dornwald ging. Der heutigen Jagen hat getragen. Jesus und Maria. Was du, Maria, unter ihren Herzen für ihr entzwein. Ein neues Glück, mal ohne Schmerzen. Was du, Maria, unter ihren Herzen für ihr entzwein. Jesus und Maria. Da haben die Dornen Hosen getragen. Für ihr entzwein. Als das Köln der Dornen bald getragen. Da haben die Dornen Hosen getragen. Jesus und Maria. Und das Köln der Dornen. Untertitelung des ZDF, 2020